recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer drei von astronomia die zweite staffel ja wir wollen ja mal gucken generator war angesagt da gab es aber eine aufgabe für müssen wir mal gucken ob es die aufgabe da in diesem bildschirm da gibt und ob das flackern weg ist ich habe ein bisschen was an der einstellung geändert ich hoffe dass das klappt wir sehen uns gleich nach dem intro so dann schauen wir mal rein wir sind hier letztes mal gelandet da ist die plattform dann lass uns die doch mal glatt aufmachen und das flackern ist gerade einmal da gewesen aber nicht glaube mehr so schlimm wie sonst also muss ich manchmal wieder einstellen gucken ob da noch was machbar ist so was haben wir denn da jetzt nee das flackern ist glaube nicht anders neben einem einen byte erhalte 2000 mehr bytes ok schmelzen entsperren drucker schmelzofen pädelaterie zu aluminium finden verwende forschungsproben ja da sind wir schon bei umrüsten entsperren druck und befestigen boost modus ambulante werkzeug entsperren drucker ja kraftvolle probleme druck und verbinde kleine generatoren mit eigenem energienetz ok das ist jetzt das was wir schon gesagt hatten was wir machen wollen brauche ich jetzt nicht die quest ist ja annehmen brauche ich die nicht die kann ich doch oder muss ich die annehmen die ist ja schon sozusagen angenommen ich kann sie aber auf jeden fall so annehmen aber dann wird sie nur mehr angezeigt glaube funktionieren putze glaube auch anders aber ist jetzt auch nicht so schlimm irgendwie ist es ein bisschen komisch ne ja wir werden sehen wie wir das noch hinkriegen hier ist ein kleiner drucker arbeitslicht mittelgroßer drucker sauerstoff machen mittelgroße plattform mittelgroßes lager roversitz kleiner kann nicht der arbeitslicht mittelgroßer drucker ich glaube da müssen wir den schon was machen oder kann das sein generatoren ist im rucksack ne ne doch da ist er tatsächlich ok dann machen wir den im rucksack halt das hätte ich jetzt nicht gedacht dass der kleine generator da ist so und den müssen wir jetzt irgendwo anders sind machen oder wie war das ich glaube der musste ins gebäude hier aber wo können wir mal diesen bildschirm weg machen ja muss man jedoch ein bauern aber das hier irgendwo da ist es oder jetzt hat er den am rucksack gemacht ne der soll nicht am rucksack der soll da weg und der soll da rein nur wie geht das den rucksack noch mal zu basis wir müssen vielleicht erst mal in unsere quest reingucken dann da ist das nicht dran kann ich die hier auch irgendwo sehen ich glaube nicht ne das war jetzt aber nicht so gemeint dass ich den ja nur anschließen muss das war nicht die lösung oder doch kraftvolle probleme doch muss wohl die quest so geendet haben neue mission notbatterie ok dann gehen wir jetzt mal da wieder hin und lesen weiter da war jetzt unser generat ne unser mittlerer drucker war das ne so kraftvolle probleme können wir abschließen dann dafür kriegen wir was was das jetzt kleine batterie kann ich die aufladen ja kann ich wohl aufladen macht sie gerade auch ok jetzt müssen wir dann gucken da gab es ja nimm einen byte ne die notbatterie war das batterie speicherenergie und helfen die produkte am laufen zu halten akku folgt nicht aufladen das machen wir gerade ne schematisch verteiler verlängerung nimm einen byte ich gehöre gar nicht den dingens mehr sag schon den drucker ne den drucker nicht den forscher wieso ich dachte der nimmt jetzt hier automatisch was ok dann nicht dann ist das halt so missionslogbuch die ist jetzt voll können wir abschließen erforscht verteiler erforscht verlängerung ok entsperren drucker schmelzofen hatten wir schon augen auf lithium aus belsania oder novus ich weiß gar nicht wo wir sind wieder ne ok nimm einen byte erhalte 2000 mehr bytes ja das läuft ein bisschen langsam jetzt irgendwie ne da müssen wir auch noch dran arbeiten ok ist das denn muss ich noch mehr generatoren bauen oder ach der eine wird wahrscheinlich kein bio zeug mehr haben kann das sein so sieht es aus ich glaube ich hab da aber noch was im rucksack oder jetzt läuft er wieder ich glaube der läuft aber trotzdem nicht schneller oder sieht auf jeden fall nicht so aus so den halten wir mal dann wird er ausgepackt mittelgroßer drucker dafür müssen wir vielleicht eine plattform haben aber wenn ich so sehe ist das auch wieder blödsinn weil hier steht schon mittelgroßer drucker der war also auch über hat nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe gucken wir uns das wieder an die bytes laufen noch brauchen noch eine weile 1100 geht aber schon finde und verwende forschungsproben 0 von 10 ok dann müssen wir die erstmal finden hatte ich nicht welche schon geholt dann gehen wir mal da hin diese bälle da das waren keine forschungsgeschichten oder ich glaube das alles biomasse ist das da noch forschungsgeschichte das ist nur land oberhalb ich sehe jetzt tatsächlich nichts hier ist nichts mit forschung oder gehen wir wieder runter war das da mehr rechts da war irgendwo waren dann haben wir noch forschungsklamotten hier da liegt doch was oder vertu ich mich ne ist wohl nur eine blume ok ich glaube wir müssen mehr dinger machen mehr laufwege da hinten ist zum beispiel ein schönes ziel ich weiß nicht was es da ist was da ist aber da ist irgendwas wir haben aber keine von diesen verbindern da kleiner generator ne den brauche ich nicht arbeitslicht warte mal das arbeitslicht das kann ich das produzieren womit kupfer brauchen wir dafür ok kleine batterie ne verlängerung kleine drucker verbindungen die brauchen wir dafür brauchen wir gemisch haben wir hier nicht was ist das denn hier harz ist das ok gemisch war doch da vorne ne dann gehen wir da mal hin und sammeln noch ein bisschen gemisch ein das hier ist doch gemisch na Hier haben wir erst einmal ein Gemisch eingesammelt. Okay, unser Sauerstoff wird knapp, wir müssen zurück. Ja, ich bin dabei, dass wir wieder an der Leitung kommen. Okay, Gemisch, wir können jetzt auf jeden Fall was drucken und dann machen wir das dahin auf jeden Fall erstmal. Einmal bitte. So, dann öffnet das wieder zu, wir laufen ein Stück vor und setzen uns hier wieder einen neuen hin, der natürlich nicht funktioniert, weil wir gerade schon wieder zu weit gelaufen sind. Jetzt geht's. Das geht auch. Und setzen auf jeden Fall hier auch einen hin. Gemisch. Nochmal Gemisch. Irgendwie sieht das nicht gut aus. Das ist so blau, das ist gar nicht metallisch glänzend. Das Gemisch war metalles glänzend. Ich muss definitiv was gucken. Irgendwas Treibertechnisches passt hier vielleicht nicht oder sowas. noch mehr Gemisch. Jetzt haben wir viermal gemischt, auf jeden Fall schon mal dabei. Das ist ja schon mal ein bisschen. So, da geht nichts mehr. Ich glaube das war es erstmal. Lass uns zurück gehen, um dann weiter zu gucken. So, wo wollten wir hin, dahin wo dieser Kran da ist oder was es auch immer ist. Hier sind auch wunderbare Dinge. Es hat wieder gut geklappt. Ich mach das Ding rein. Hier sind ja richtig tiefe Löcher schon. So, das ist aber nichts besonderes. Aber ich geh trotzdem mal hier noch ein Stück weiter. Einfach diese Richtung. So weit wie wir kommen. Na, hat wieder gut geklappt. So, jetzt haben wir keinen mehr. Aber da sehe ich schon mal eine Forschungsprobe an dem Ding. Die holen wir erstmal da weg. Da ist auch noch eine oder zwei sogar. So, jetzt wieder zack zum Sauerstoff gerade einmal hin. Gibt es hier noch eine Forschungsprobe, die ich gerade sehe. Ich weiß nicht, war unter den Kugeln noch was? Oder war die Kugel selber einer? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wohl nicht. Sauerstoff wiederholen. Das ist wieder Gemisch hier, oder? Nee, da ist nur Biomesser, oder? Nee, ist Gemisch. Ah, ich sehe die nächsten Proben. Aber wir sind noch am Sauerstoff. Da sind drei Stück auf jeden Fall. Oh, kann ich nicht mehr mitnehmen. Shit. Na dann. Auf zur Leitung. Kann ich nicht mitnehmen. Super. Dann muss ich sie so halten. Ich dachte mit F könnte man das näher ranholen. War das nicht so? Aber vielleicht ist es später so. So, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und dann kann das gleich da in die Forschungsabteilung, ne? Bin ich doof? Der müsste doch automatisch anlaufen, wenn die da leer liegen. Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht vertue ich mich auch. Kann auch sein. Habe ich nicht vor. Achso, da sind sie dran. Na okay. Ich glaube das war es jetzt aber, ne? Mach das mal da hin. Der Rest ist jetzt nix. Was ist das hier oben? Leuchtfeuer haben wir da und da. Noch ein Leuchtfeuer. Und hier ist das Harz. Okay, Probe läuft. Wir müssen dann weiter gucken, denke ich mal. Machen jetzt aber hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Überhaupt macht. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.